So, guten Morgen zusammen. Wie wisst ihr, ein neuer Tag, ein neuer Shop. Ihr seht schon Level 100 geworden, gestern noch ein bisschen was war ausprobiert. Hat auch funktioniert, was ein paar Clitches betrifft und XP, aber wir gehen rein in den Shop. Denkt dran, wenn ihr Support da lassen wollt, natürlich gerne mal einen Creator-Code eintragen, yt-familyhack. Heute finde ich persönlich, dass der Shop nicht so besonders ist. Natürlich Geschmackssache. Also, die Bruno Mars-Geschichte ist wieder komplett drin mit den Copyright-Emotes. Denkt dran, ist halt alles Copyright. Das ist halt wirklich das Problem. Dann haben wir das Galaxy-Paket noch drin. Dann Lay's Paradox, Allsicht, die Spitzhacke des Todes. Dann, keine Ahnung, wie es am anderen ausspricht. Dann den Skin, den man damals gewinnen konnte. Die Spitzhacke konnte ich mir damals im Turnier sichern. Dann das Galaxy-Paket, haben wir ja gesagt. Dann die weibliche... Ja, ihr wisst schon. Dann der Taxifahrer mit drin. Funkenzünder, Get One, auch Copyright. Inzwischen besteht der Shop nur noch aus Copyright. Dann klappe die 14. Dann auf die Plätze. Auch ein cooles Emote. Irgendwie haben wir vorbeigegangen. Dann haben wir halt das Chloe-Kim-Paket noch drin. Das Kobold-Paket. Dann Mary Jane ebenfalls noch drin. Denkt dran, jetzt ist das 4-Euro-Paket-Shop auch... Das 4-Euro-Paket auch im Shop. Meine Güte. So, dann hatten wir noch die Lobby-Musik. Und damit würde ich sagen, sind wir auch für heute schon wieder ganz schnell durch. Ich suche meine Maus. Hallo, Maus. Ich liebe es, Kevin. Ach, ich bin nicht aus Versehen auf die Beschleunigungstaste gekommen. Dann würde ich sagen, war es das auch für heute. Euch auf jeden Fall einen schönen Mittwoch und haut herein.